Pflanzliche Alternativen sind für die Zukunft der Gastronomie enorm wichtig, denn es ist ein wachsender Markt mit hoher Nachfrage, steigender Nachfrage und man kann sich deswegen eigentlich nicht erlauben es nicht anzubieten. I think it's important that plant-based products look similar to some of the animal-based products because it gives the opportunity to consumers to really try them to have the same experience when they eating it. Mit Happy Ocean Foods möchten wir das ökologische Gleichgewicht in die Meere zurückbringen und das war mein Mitgründer Robin und mir sehr wichtig, denn wir sind selbst leidenschaftliche Surfer und Taucher und auf der anderen Seite beschäftigen wir uns viel mit der Zukunft der Ernährung und möchten auch da einen Unterschied machen. Mein Tipp für Gastronomen ist vor allem in Bezug auf pflanzliche Alternativen das einfach mal auszuprobieren in Form von einem Special zum Beispiel für einen Monat, danach kann man dann ein Fazit ziehen und muss sich nicht festlegen, also einfach mal testen. So we are really excited to be there. It's the first time we go to Internoga and it's the first time we go to an Event such as big as Internoga. So we are just really looking forward to talk to the food industry, some bakeries. Ich denke die Internoga ist eine sehr schöne Plattform, um auf der einen Seite sehr viel zu Netzwerken, andererseits neue Trends mitzuerleben, aber auch wertvolles Feedback zu erhalten für neue Produkte.